Hallo und herzlich willkommen zurück zur Alarmstufe Rot Teil 2 In der letzten Mission hat man ja gesehen gehabt, wie sehr mich diese Mission Einheit bereit, Produktion läuft Wie sehr mich diese Mission hier doch ein bisschen mitgenommen hat, um es mal ganz salopp zu sagen Ich hoffe mal, dass es diesmal besser klappt Ich habe mal eine Komplettlösung reingeschaut gehabt, dass man es am besten machen kann Aber irgendwie hat die nicht so richtig... Hat das nicht so richtig geklappt da? Beziehungsweise... Produktion abgeschlossen Ich habe es dann nochmal abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass es eh nichts bringt Einheit bereit Wieso kann ich hier... Britisches Energieniveau Produktion läuft Und du kommst mal woanders hin So, ich habe dann auch mal bei einem anderen Let's Play angeschaut gehabt Und ich hoffe, dass es bei dem hat es ganz gut geklappt Auch beim ersten, beim zweiten Versuch Und ich hoffe mal, dass ich das jetzt... Produktion abgeschlossen Auch irgendwie hinkriege Produktion läuft Dass es so läuft wie bei dem, dass es da besser läuft Weil... Ja, bei mir läuft es einfach im Moment nicht so wirklich gut Aber schauen wir mal, wie gut es klappt So, so weit, so gut Sie transportieren mit Hilfe der Chronosphäre Truppen in unsere Basis Greifen Sie schnell an, Genossen Sonst sind wir verloren Unsere Basis steht unter Beschuss Reparatur läuft Produktion abgeschlossen Einheit verloren Produktion läuft Kritisches Energieniveau Neue Bauoptionen Reparatur läuft Produktion abgeschlossen Ja, das... Reparatur läuft Läuft irgendwie bei dem Besser als bei mir Produktion abgeschlossen Das läuft irgendwie besser Bei dem als bei mir Ich weiß auch nicht, warum genau Training Ah, ne, das Bau mal jetzt noch nicht Produktion abgeschlossen Jetzt Bau mal Einheit bereit Tesla-Anzug bereit Überflüfe verwindung Ich marschiere los So Und hier machen wir mal einen Speicherstand Jetzt hoffe ich, dass das so ganz gut klappen wird Unsere Basis steht unter Beschuss Unsere Basis steht unter Beschuss Einheit verloren Erzsammler unter Beschuss Reparatur läuft Oh, ich hab ganz vergessen Produktion läuft Abgebrochen Ich hab ganz vergessen Hier und da was zu machen Einheit bereit Reparatur läuft So Er kommt hier runter Einheit bereit Das sollte man natürlich nicht So Der erste Teil ist erledigt Ich sollte vielleicht noch mal ein paar Flachsdinger holen Achten Feindliche Flachen So Ja, wie gesagt Schwierig, schwierig, schwierig Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Gut Das war das Das war schon mal gut Produktion läuft Äh Hier sollten wir noch zwei von denen bauen Achtung Feindliche Flotte entdeckt Unzureichende Credits Flak Trooper Bericht Dies ist eine harte Waffe Flak Angriff Unsere Basis steht unter Beschuss Reparatur läuft Ja Toll, 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 toll Er macht gerade nichts mehr Das ist gut Ich hätte schneller sein müssen Ich hätte die anderen zuerst bauen müssen Vielleicht Einheit bereit Fahrzeug Position bestätigt Die zwei hier hat Um den Dinger her kaputt zu machen Abgeschlossen Bereit Wolken Ihre Basis steht unter Beschuss Reparatur läuft Einheit bereit Warte auf Orte Angriff Bereit Ich gehe Produktion läuft Achtung Feindliches Pazabatalion entdeckt Unsere Basis steht unter Beschuss Reparatur läuft Produktion abgeschlossen Ja, toll Gut Gut Unsere Basis steht unter Beschuss Ah Warte auf Orte Ziel gesichtet Reparatur läuft Ist ja nicht ganz das hier vergessen Hier kommt auf jeden Fall wieder so einer hin Was ist das hier? Sorg Bereit Unsere Basis steht unter Beschuss Produktion läuft Na, hopp. Na, klasse. Na, klasse. Das war jetzt nicht so gut, so wie ich es eigentlich gewollt habe. Das war jetzt überhaupt nicht so, wie ich es gewollt habe. Nee, nee. Hier bauen wir gleich noch eine Flacke hin. Einheit verloren. Überschiezen! Fahrzeug, Position bestätigt. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Position wird geändert. Ach, du, hätte es vielleicht dich da hinstellen sollen. Ja, so. Neue Bauoptionen. Warte auf Order. Position bestätigt. Position wird geändert. Fahrzeug, Position bestätigt. So. Produktion läuft. Erdsammler unter Beschuss. Gut. Gut, ich würde aber sagen, jetzt im Moment läuft das Ganze wieder doch ein bisschen besser als, äh, als in der letzten Folge. Bereit, Genosse. Angriff! Na, warte. Wenn wir mal so weit sind, dann hast du nichts mehr zu lachen hier. Aber dafür fehlt leider noch ein bisschen was. Auf geht's! Auf geht's! Angriff! Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So, jetzt machen wir erst einmal eine, ein Kraftwerk hier. Bereit, genau. Auf geht's! Und wir können Juris machen, das sind, da brauchen wir auch gleich mal einen. Das sind solche Dinger. Diese Psi-Truppen, die wir gehabt haben. Warum die jetzt Juri hier heißen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh... Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. So. Jetzt sollte alles gar kein Problem mehr sein. Was? Einheit bereit. Der Geist ist schneller als voraushebbar. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Voraushebbar, mein Geist ist schwach. Wir haben einen neuen Kameraden in unserer Mitte. Nee, noch nicht. Noch nicht, mein Freund. Noch nicht. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Wir haben einen neuen Kameraden. Ah, komm mal nicht da hin. Bist du... Nein, wir kommen hin. Haha. Produktion läuft. Das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal zwei solche Panzer. Und nochmal so ein Tesla-Dings. für den hier drüben. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. So, die Klonwerkstatt. Das kann ich ja gleich sagen. Ja, den machen wir mal hierher. Einheit bereit. Tesla-Anzug bereit. Leisen Gummisohlen. Fahrzeug berichtet. Auf geht's. Die machen, sobald wir eine Einheit hier bauen, wie jetzt zum Beispiel eine Tesla-Truppe, dann wird er geklont und wir kriegen statt einen, zwei. Und das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Produktion läuft. Einheit bereit. Du, mach mal hierher. Oh, Mann. Endlich läuft's mal ein bisschen gescheiter, ja. Einheit bereit. Bereit, Genosse. Position bestätigt. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. So. Ich glaube, langsam sieht es doch ganz gut aus. Von denen her sollten wir vielleicht auch nochmal zwei machen. Einfach zur Sicherheit, falls da wieder Leute kommen, die können wir dann gleich übernehmen und dann Hamasa. Dann können sie ruhig kommen. Produktion abgeschlossen. Und hier oben bauen wir nochmal eine Flacken. So. Einheit bereit. Dann sollte man das Ding bauen. Guck, und da ist der Nächste. Ich habe heute Janken erfasst. Einerrichtet. Hoppala. Einerrichtet. Zwei kriegen wir. Zwei kriegen wir. Einheit bereit. Und wieso haben wir jetzt nur eingekriegt? Ja, keiner. Echtleranzug bereit. Ich marschiere los. Hoch. Ich kenne Ihre Gedanken. Der Geist. Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt. Jetzt haben wir gleich vier von denen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was haben wir da noch alles? Das passt eigentlich soweit. Werft sollten wir noch bauen. Produktion läuft. Das wäre auch mal Zeit, dass wir jetzt endlich mal eine Werft bauen. Und auch ein paar U-Boote dann. Und vielleicht auch ein paar Dreadnoughts. Wobei ich erst mal auf U-Boote gehen würde. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. U-Boote. Produktion läuft. Machen wir mal zehn U-Boote hier. Das ist noch nicht fertig. Unsere Basis steht unter Beschuss. Wir haben ein paar neue Erte Geist. Kein Werte. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Sagen Sie mir Ihren Wunsch. Einheit bereit. Ei, 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 ei. Navigationssysteme bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Ich höre. Feuer. Schiff meldet sich. Feuer nach eigenem Ermessen. Aha. Da drüben ist noch Dings. Ziel gesichtet. Einheit bereit. So. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Der Geist ist schneller als auch. Ich kenne Ihre Gedanken. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Der Geist ist schneller als auch. Du bist auch in Bedings. Ich kenne Ihre Gedanken. Der Geist ist schneller als auch. Sagen Sie mir Ihren Wunsch. Und die zwei wären noch frei, sozusagen. So. Und ein eiserner Vorhang bauen wir auch nochmal. Doch, das sieht auch sehr gut aus jetzt. Jetzt gefällt es mir wieder. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Aber wohl, ich will noch nichts sagen. Wer weiß, was noch alles kommt. Wer weiß das schon so genau. Aber ich glaube, unsere Verteidigung hier sitzt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Werkstatt, das, das haben wir eigentlich jetzt alles. Müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen. Wie es hier weitergeht. Ach, genau. Ist er hier schon am Bauen? Nee, er ist noch beim Machen. Ich würde sagen, das langt erstmal. Mit denen erledigen wir mal das Ding hier. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ei, 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 ei. Temperatur läuft. Produktion läuft. So, eine Werft ist es weniger. Da. Einheit bereit. Schiff meldet sich. Käpt'n meldet sich. Volle Kraft voraus. Produktion abgeschlossen. Oder auf neues Ziel ausgerichtet. So, wir brauchen einfach deutlich mehr. Einheit bereit. Mehr von den Dingern hier noch. So, und wir brauchen... Produktion läuft. Dreadnoughts noch. Mit den Dreadnoughts kriegen wir auch gut Sachen kaputt, ehrlich gesagt. Ich höre. So, schauen wir mal, wie das jetzt so läuft. Kriegen wir jetzt noch mehr kaputt. So, dadadadam. Produktion abgeschlossen. Feuer nach eigenem Ermessen. Seid mal nicht zu nah an den Dinger dran hier. Feuer nach eigenem Ermessen. Einheit bereit. Feuer. So, ist ja schön. Feuer nach eigenem Ermessen. Und jetzt noch... Äh... Feuer. Jetzt noch gleich noch die Werft. Einheit bereit. Jetzt haben wir ihn da fertig. Eisernerschutz und die Atombombe. So. Sehr gut. Schiff bereit. Und dann müssen wir uns mal umschauen, ob wir hier schifftechnisch noch was machen können. Also, nach vorne bereit. Und vor allem, wo, wie, was. Deshalb können wir auf jeden Fall mit unseren Dreadnoughts gut erledigen. Schiff bereit. Jetzt sind bestätigt. Einheit bereit. Habe ich nicht drei? Ah, doch, da ist er ja. Ich höre. Kurs gesetzt. Da ist er ja. Ich höre. Und dann müssen wir uns mal umschauen, wie wir das am besten handhaben. Wir müssen auf jeden Fall die Karte mal noch ein bisschen aufdecken hier. Ja. Feuer nach eigenem Ermessen. Feuer nach eigenem Ermessen. Feuer nach eigenem Ermessen. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall mal... Uh. Schiff bereit. Atomrakete bereit. Ja, eine Atomrakete ist bereit, aber ich habe noch kein Ziel. Ich sollte vielleicht... Einheit befördern. Ich sollte mal noch so ein Amphibien-Ding machen und dort mal, äh, vielleicht so eine Torhaut-Drohne rüberschicken oder so. Einfach, um zu sehen, was da drüben ist. Schiff bereit. Feuer nach eigenem Ermessen. Einheit bereit. Einheit bereit. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das ganze handhaben. Feuer. Ah, die Erdenkaserne ist das. Die kommt natürlich weg hier. Feuer nach eigenem Ermessen. So. Und hier würde ich jetzt auch wieder Schluss machen. Ah, die Folge war mal nicht ganz so deprimierend wie die letzte. Boah, in der letzten, da habe ich echt schon... Da war ich ziemlich verzweifelt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Wie gesagt, sobald mal die Dings fertig ist, der Schutz von, äh... Der Schutz von der, von unserer Basis. Danach läuft es wahrscheinlich ganz gut wieder. Jetzt müssen wir mal das hier noch machen. Dann setzen wir mal so eine Torhaut-Drohne rüber, damit sie ein bisschen uns das ganze Ding auskundschaftet. Oder wir nehmen was anderes zum Auskundschaften. Ähm, schauen vielleicht mit dem U-Boot auch die Wasserwege an, was wir da noch alles finden. Und gut ist. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.